Plus Tentakel. Plus Eins? Ach, das heißt Plus Eins. Was machen Sie denn noch hier? Das heißt nicht Plus Eins. Da steht Plus Eins. Auf den Einladungen zu Partys und so steht manchmal Plus Eins drauf. Das heißt, man darf einen Freund mitbringen. Ist das eine Verpflichtung? Nein, Sie können auch alleine gehen, wenn Sie wollen. Nur sind Sie dann die Lachnummer des Abends, weil alle denken, Sie sind ein Loser, der keine Freunde hat. www.h-a-hihi- provide. Ehhhh... Tremendlich Ahahahahahahaha! Uuuuh! Uuuuh! Uuuuh!